Wo sind wir denn hier gelandet? Oh mein Gott! Nee, da geh ich jetzt nicht durch. Aua! Aua, was ist das denn? Das ist so ein komischer Wurm. So, hallo meine lieben Freunde und willkommen zum... Okay, hallo meine lieben Freunde und willkommen zum vierten Part von... Fade to Silence, du musst dich kurz... Ich weiß, wir haben Hunger. Ist doch alles kein Problem. Wir machen uns jetzt was zu essen, ganz ruhig Kumpel. Also, nochmal, willkommen meine lieben Freunde zum vierten Part von Fade to Silence. Wir haben Hunger, wie man ja hier sehen kann. Und das ist überhaupt kein Problem, weil wir haben ja Fleisch von dem... Von dem Reh, von dem Hirsch, den wir vorhin getötet haben. Und das werden wir jetzt mal zubereiten, damit wir unterwegs ein bisschen was zum Snacken haben. So, haben wir genug? Nee, nicht nur noch mehr. Man kann nie genug davon haben. Also, noch zwei Stück. Das letzte Mal haben wir es ja nicht gerade erfolgreich geschafft, weiter voranzukommen. Aufgrund des wirklich extremen Schneesturms, der hier gewütet hat. Ich muss mal kurz was essen. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Habe ich die Suppe da draus gemacht oder was? Ja. Also gut. So. Sehr schön. Pfeile ausrüsten. Gut. Oh, wir haben sogar ein paar richtig gute Pfeile hier. Kann ich gar nicht. Ah, doch, hier. Hä? Wo sind denn die jetzt hin? Oh, ich habe es am Boden geworfen, glaube ich, oder? Nee. Hä? Hä, wo sind denn jetzt die? Aua. Oder? Zeig mal her. Ah, tatsächlich, doch. Wir haben jetzt die richtig guten Pfeile auch noch. Ähm. Scheiße. Ich wollte eigentlich noch ein Lagerfeuer herstellen. Aber wie es aussieht, haben wir nicht genug Materialien für das. Ey, der Schneesturm ist ja immer noch so... Also, ja, es wütet schon kein Schneesturm. Wollen wir trotzdem raus bei dem Wetter? Ich weiß halt nicht, ob es schlimmer wird, ne? Dann müssen wir auf jeden Fall wieder zurück, wenn es schlimmer wird. Ich würde schnell mal ein bisschen Holz hacken. Ah, es ist natürlich schon unangenehm, das Wetter. Oh, wir sind ja noch total eingefroren, merke ich gerade. Nee, wir sollten auf jeden Fall nochmal zurückgehen. Schnappt ihr eine Waffe? Das Lager wird angegriffen. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Nochmal zurück ins Lager. Nochmal ein bisschen aufwärmen. Scheiße. Ja, wir waren das letzte Mal schon mega lang im Schneesturm gewesen. Ja, haben wir natürlich gerade auch wieder Hunger. Tun wir uns mal ausruhen. Das hier oben geht schon wieder weg. Ja. Boah, der ist schlimmer geworden. Und noch mehr. Irgendwas beendet. Ich habe es gerade nicht gesehen. Steht es noch da? Nee. Komm, noch ein bisschen. So, noch zwei Stunden. Und wir haben Hunger. Jetzt ist aber auch gut. Jetzt können wir gerade wieder essen. Ei, 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 ei. So. Zu uns hin. Boah, jetzt haben wir auch richtig Glück mit dem Wetter. Ja. Jetzt haben wir richtig Glück. Hm. Schauen wir mal. Können wir noch irgendwas eigentlich mit dem Ding hier machen? Nee, nicht. Ich glaube, wenn wir das Teil berühren, kommen die. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Boah, ist das hell. Aber wie dem auch sei, wir brauchen Holz, um ein Lagerfeuer zu machen. Damit wir endlich... Ich könnte schwören, ich habe was gehört. Oh Gott. Scheiße, das ist doch hier irgendwo. Ja. Ja. Scheiß auf die. Können ja eh nichts machen. Okay. Das Lager wird angegriffen. Ja, was machen die denn da? Die werden ja wohl kaum... Ja, komm. Können da eh nichts machen. Gut. Wir brauchen Holz. Hier gibt es gerade nichts zu holen. Läuft der mir nach? Oh, das geht ab. Hä? Oh, scheiße. Ich hoffe, die sind besser, die Pfeile. Nicht wirklich. Los. Ah doch, die sind viel besser. Die sind gar nicht mal so schlecht, die Pfeile. Ja, toll, aber bis ich die finde. Ich muss die auch irgendwie herstellen können. Aber ich brauche jetzt erstmal Holz. Oder ich tue noch ein bisschen was jagen. Das könnte man natürlich auch. So. Meint ihr, ich treff? Scheiße. Jawohl. Go. Äh, tut mir leid. So. Gut. Alles mitnehmen. Das brauchen wir nicht. Oh, wir bräuchten auch mal ein Lager oder irgend sowas. Und Holz. Wir brauchen Holz. Das ist hier Abholzgebiet. Gut. Dann laufen wir doch dahin. Wo? 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 Wo denn? Hey. Ich seh die aber auch so spät erst. Komm schon. Nee, gibt's doch nicht. Los, los, los. Ich weiß nicht mehr, wie man ausweicht. Wie war denn das nochmal? Nee, so nicht. Vorher ging's ja mit, mit, ähm, mit Space, aber das ist jetzt nicht mehr so. Also, hier. Jo, okay, easy. Drehen wir uns lieber mal in die richtige Richtung. Los. Warte mal. Komm, Kumpel. So. Weiter. Wir harken einen Baum. Lassen wir uns nicht decken. Voll sehen. Wow. Oh nein. Ich hab keinen Platz mehr. Was ist eigentlich das Zeug hier? Ja, das brauch ich ja gar nicht. Warte mal schnell. Das können wir ja wegwerfen hier, oder? Ablegen, ablegen. Ablegen, ablegen. Ablegen. Irgendwelches Zeug, was ich nicht brauche. Holz will ich haben. Das ist viel wichtiger. Sehr schön. Jetzt gehen wir nochmal kurz zurück ins Lager. Tut mir leid, Leute, wenn wir nochmal zurück müssen. Aber ich will gerade schauen, was wir daraus bauen können. Beziehungsweise, ob wir uns ein Lagerfeuer jetzt daraus machen können. Boah, sind die noch hier oben? Nee, die sind nicht mehr da. Gut. Ja, fall nicht hin. Hm. Mit dem können wir nichts mehr machen. Wunder mal probieren. Drei Pfeile haben wir noch. Danach sind die guten Pfeile weg. Okay, sehr schön. Schauen wir doch mal her. Was können wir denn alles machen? Nein. Hä, wieso? Ich hab doch 34... Oh, ich hab keinen Platz. Hm. Ah. Hä? Ja, aber warte mal. Hier gibt's doch sicher irgendeine Truhe oder irgend sowas, oder? Guck mal was hier. Ah. Mein Versteck. Sehr schön. Keine Ahnung, was wir da ablegen sollen. Hier haben wir sicher mal das da. Keine Ahnung, ob wir das brauchen. Ein bisschen Holz. So. Hiervon ein bisschen was ablegen. Ja, ja. Das kann man auch ablegen. So. Sehr schön. Wir kommen langsam voran. Jetzt nochmal. Lagerfeuercraften. Bitte. Ja. Tun wir mal zwei Stück herstellen. Oh. Hab nicht mehr genug Holz. Ja, okay. Eins ist okay. Das reicht ja. Wir brauchen ja noch eins. Was haben wir hier? Feuerholz. Oh, jetzt können wir noch mehr. Ja, so. Sehr schön. Aber was kann man... Für das brauchen wir Fasern und... Ah, und dieses Wiederverwerten. Da können wir Rüstung herstellen. Und zwölf Fasern. Wir haben doch Fasern, oder? Ah, die müssen wir aufsammeln vom Boden. Das sind diese... Das sind diese Pflanzen da. Wie viele Fasern haben wir denn? Zwölf Stück brauche ich. Oh ne, ich hab gar keine. Oder hab ich welche? Über... Ne, Fasern muss man ja herstellen. Zeig nochmal her. Fasern. Dö, 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 dö. Nö. Da, hier, doch. Hier. Faser. Dafür brauchen wir Bitterwurzel. Okay. Gut zu wissen. Also. Zurück. So. Öffnen. Bitterwurzel. Haben wir natürlich gar nichts. Müssen wir dann unterwegs ein bisschen einsammeln. Gut, ich tu mal ein bisschen abladen hier. Äh, abladen. Rohes Fleisch brauchen wir sicher auch nicht. Was ist das? Unheimlicher Balsam. Ja, lass uns mal hier. Was ist das hier? Unheimliche Essenz. Okay. Gut, das hätten wir erledigt. Tu mal nochmal kurz ein bisschen die Leben laden, indem wir kurz Snickerchen machen. So, vier Stunden werden reichen. Sehr schön. Ja, das ist okay. Oh, ist Nacht geworden? Ja, scheiße. In der Nacht können wir jetzt aber auch nicht rausgehen. Also nochmal. Hinsetzen. Schlafen. Acht Stunden. Let's go. Oh, da hat einer Hunger. Den Gitar öffnen. Den Gitar öffnen. Bisschen was essen da. Ja, ich weiß. In your belly. Ah, es ist ein bisschen Nebel da. Das regt mich einfach ein bisschen auf hier. Aber okay, jetzt gehen wir endlich mal weiter. Wir haben auch ein Lagerfeuer. Jetzt gehen wir zu unserer Hütte da oben. Wo wir mal entdeckt hatten. Hä? Scheiße, nein. Die ist nicht mehr hier. Was ist denn los? Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, ungefähr in die Richtung war das gewesen. Ich glaube schon, doch. Hm. Ich glaube, das war in die Richtung. Ja, ja. Ressourcen haben wir noch genug. Oh, was haben wir denn hier? Ah, hier waren wir schon mal, glaube ich. Meine Augen sind auch nicht mehr gerade das Beste, meine Freunde. Ich sehe nicht mehr so gut. Das war aber hier in die Richtung, wo mich nicht alles täuscht. Oh. Shit, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Erledigt. Kann man die eigentlich auch plündern? Nicht, gell? Ne, bei denen kann man nichts rausholen. Ah, verdammt. Hier sind so viele von diesem komischen Zeug, was hier rumfliegt. Oh, was haben wir denn da? Ein Auto im Wasser. Ein Auto im Wasser. Wo ist denn nochmal die Hütte? Ich laufe jetzt schon ziemlich lang hier lang. Ich glaube, da hinten war... Jetzt guck mal, hier oben sehen wir vielleicht ein bisschen mehr. Das ist doch die Hütte dort. Ich glaube, wir sind ganz woanders jetzt gerade. Das ist ein Bus. Gibt es da was zu holen? Nicht, dass ich wüsste. Oh, das wäre perfekt für ein Lagerfeuer hier dran. Aber das geht ja aus. Das bringt uns ja nichts. Da oben haben wir ein Haus. Öh, wo sind wir denn hier gelandet? Das ist zwar ein ganz anderes. Aber beschwere ich mich jetzt nicht. Äh, warte mal. Wir werden angegriffen von irgendwo. Oh, shit. Da ist es. Komm her. Oh, Mann. Blödes Mistvieh. Verdammt, da ist noch irgendwo was. Ich geh jetzt erstmal hier rein. Gibt es hier was zu holen? Ja, guck mal hier. Boah, sehr schön. Alles nehmen. Wo sind wir denn hier gelandet? Oh mein Gott. Nee, da geh ich jetzt nicht durch. Aua. Aua, was ist das denn? Das ist so ein komischer Wurm. Nee, hier können wir noch nicht hin. Ich will erstmal zu der Hütte. Oh, wo war denn die? Zeig nochmal her. Oh, jetzt haben wir sie. Hier. Marker setzen. M. Mann, wir sind viel zu weit gelaufen. Da hinten. Hier gibt es aber auch nicht, glaube ich, so irgendwie Erfahrungspunkte oder sowas. Bringt ja auch gar nichts, die Viecher umzubringen. Ja, wir frieren, ich weiß. Aber wir haben es gleich geschafft. Da ist die Hütte. So. Da oben hängt ja was. Das habe ich erst jetzt gesehen. Da hängt einfach so ein Vieh da oben an der Decke. Äh, am Pfosten. Scheiße. Okay. So. E3. Oh, jetzt. Super. Sauber. Endlich. Sag mal her. Können wir hier irgendwas machen? Fasern erst mal herstellen. Die können wir dann für die Kleidung gebrauchen. Fünf Stück kann ich herstellen. Wieviel brauche ich nochmal für die Kleidung? Ich glaube sieben. Bitterwurzeln. Ist das hier? Öh, jetzt kann ich das herstellen. Und das da? Gewebter Beutel. Ich mach das hier. So, und jetzt? Kann man das doch auch irgendwie anziehen, oder? Oder hab ich das jetzt schon? Nee, wahrscheinlich nicht. Oder? Ich weiß es jetzt nicht mal, ob ich das jetzt oben hab. Sag mal her. Nee, hier. Gegenstand ausrüsten. E. Oh. Nicht schlecht. Jetzt haben wir so einen, so einen Umhang. Ja. Okay, was haben wir denn noch? Du, du, du. Was haben wir denn nochmal? Allgemein hier. Mit Tab, ne? Überblick. Ich. Wir sind am zehnten Tag. Okay. Das ist Ereignisliste. Gefährten. Wir haben keine Gefährten. Wir haben keine Gefährten. Okay. Oh, jetzt tun wir nochmal kurz ausruhen. Okay. Tun wir uns ausruhen. So, in der Zwischenzeit würde ich sagen, Leute, ich mach jetzt inzwischen wieder ein bisschen kürzere Parts. Und dafür hau ich einfach mehr Videos raus. Verabschiede ich mich schon mal an der Stelle hier. Aber wir sind aufgeladen. Super. Und ich hoffe, ich hatte... Nein, das Lagerfeuer ist erlischt. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und ihr schaut auch beim nächsten Teil wieder ein. Und bis dann würde ich sagen, Leute, haltet die Ohren steif. Habt einen schönen Abend. Und ciao. Ich hoffe, euch hat die Ohren steif. 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 Vielen Dank.